Und zwar das Falkenlied. Was kommt hier? Stab, 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 stab. Kann ich jetzt anfangen? Es dauert noch ein wenig. Das alte Wähler-Problem. 1, 2, 3 1, 2, 3 Und er muss leider noch singen, aber erst wenn er gestimmt hat, weil sonst klingt das nicht fertig gut. Ich zeigte einst, lang ist es her, wohl einen edlen Pfarrerhalten. Das Volk sagt, treu. So ja, verlor die Lust bald er und flog davon zum Pfarrerhalt hin. So sagt, ah, ah. Er ist mir worden ungetreu, das tut mir weh im Herzen. Niemals ich ihm das verzeih, was bleibt, sind mir die Schmerzen. Oh, 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 oh. So kann ich einst, lang ist es her. Ein wunderschönes Fahrheitlein. Jetzt kommt du. Sie war so zart und blind war sie, unblind war sie. Ich lieb sie sehr, doch ich sollt ihr bald naheit sein. Jetzt seid ihr wieder gefragt. Oh, 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 oh. Das ganz. Sie ist mir worden ungetreu und gut auf die Tochter. Und ging mit einem Pfarrerfen. Oh, oh, oh. Das am Sonntag. Am Tag des Herrn. Mit einem Lakaik Gottes. Ja, genau, auf die Meinheit. Ja, na, Vorsicht. Jetzt bin ich so los, die alte Zipzig. Den Kanken kenn ich. Ja. Den weißt du gar schon mal in der Zeitung. Guck mal. Niemals ich ihr das verzeihe. Die Pest soll sie in den Herrhafen von Jungen. Jetzt bin ich so los. Die Pest soll sie in den Herrhafen von Jungen. Das habe ich nicht. Die Pest soll sie in den Herrhafen von Jungen verloren. Wo wohnt ich dann? Dann ist es her. Bei einer anderen Frau. Noch eine Frau. Du Biga-Schiss. Du Biga-Mäß. Du Biga-Mäß. 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 Sauberat Щ. B paar-Mäß. H引g! Frau Spann, hat sich. So lange hat das Glück noch nie gedauert. Aufgrund der Länge war es das leider auch schon gewesen, denn dann stehen schon die nächsten, die uns jetzt hier ein 3-Stunden-Konzert geben wollen, habe ich gesagt lassen. Ja, das kriegen wir schon hin, das schaffen wir schon. Ab Dank, diese vier Scheiblein könnt ihr mit nach Hause nehmen, falls ihr sie noch nicht hättet. Dann habt ihr jetzt ein Weihnachtsgeschenk, wie man es sich vorstellt, wie es im Buch besteht, welches ihr nicht lesen könnt. Wir waren die Spielleut! Spektakulations! Jumelä!